Servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu diesem kleinen Infovideo für euch. Ja, wie der Titel wahrscheinlich schon verrät, ich hatte Probleme mit meinem Rechner, da dieser nämlich ein Problem mit meiner Grafikkarte hatte, die leider kaputt gegangen ist, also das wäre dann dieses gute Stück hier. Meine Grafikkarte, die übrigens sehr staubig noch ist, ich sehe das gerade, ist leider im Sack. Ich konnte leider keine Videos aufnehmen, weshalb jetzt auch gestern kein pvz-Video kam. Tut mir leid an der Stelle, aber war nichts zu machen. Finde natürlich nur schade darum, dass andere wieder geschrieben haben, wo ist das pvz-Video. Dabei war es nur einmal einen Tag mal nicht da, es tut mir leid natürlich, dass das pvz-Video nicht kam. Ich werde das aber noch nachholen. Ich würde einen Tag nächste Woche oder vielleicht sogar heute noch, je nachdem wie ich Zeit habe, wahrscheinlich sogar noch ein zweites Video noch raushauen. Das heißt, ihr werdet irgendwann noch entschädigt für dieses Video, das nicht gekommen ist. Ähm, ja jedenfalls, meine Grafikkarte ist im Eimer. Jetzt wird es sich natürlich fragen, Moment mal, der nimmt doch jetzt gerade ein Video auf. Wieso hat das denn nicht vorher gemacht? Aha, da ist der Fehler. Nein, und zwar, ähm, die Grafikkarte ist mir, ähm, ungefähr in der Mitte der letzten Woche kaputt gegangen und, äh, dann habe ich mir ganz schnellstmöglich einen PC-Laden gesucht, ihn gefragt, was ist denn mit meinem Rechner los, weil da wusste ich es ja noch nicht. Hab den Rechner schnellstmöglich in einen PC-Laden abgegeben und der hat mir gesagt, Junge, deine Grafikkarte ist im Sack, du musst dir eine neue holen. Ich, alles klar, gestern noch, gestern, Samstag, ne, ich musste leider wieder arbeiten, am Samstag, ich, gestern noch, alles klar, was machst du jetzt, ne, hier und da überlegt, hm, okay, neue Grafikkarte musst du dir auf jeden Fall kaufen, kommst du nicht drum rum. So, hab dann schnell auf Amazon gesucht, hab eine gefunden, hab mir dann noch eine gekauft, ne, und siehe da, siehe da, das schöne Ding ist dabei rausgekommen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich halte es mal gerade ein bisschen weiter zurück, ne, ungefähr so sieht es aus, das ist ne, wie steht hier, äh, Geforce GTX 960 mit 4 GB Speicher, wenn ich überlege, dass meine alte gerade mal 1 GB hatte, ist das schon eine Verbesserung, würde ich sagen. Ähm, deswegen, ja, neue Grafikkarte sind hier am Start und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, die Cam ist irgendwie etwas anders, liegt daran, ich habe auch eine neue Cam, sagen wir auch, ein kleines Vorstellungsvideo. Bam, ich habe eine neue Cam, ich habe die Logitech jetzt, die, äh, C920 habe ich jetzt, die natürlich gerade aufnehmen, deshalb könnt ihr sie jetzt nicht sehen und meine alte Cam, die hier im Übrigen ist, das ist meine alte Cam, ne, hier, das alte schöne Ding, äh, hat ausgedient und wird nur noch als Secondary, äh, Cam wahrscheinlich irgendwann mal dienen, wenn ich irgendwie mal vielleicht ein Lenkrad oder sowas habe, das mal aufnehmen will oder irgendwie mal aufnehmen will, wie ich meine Tasten so bediene und sowas, ähm, dann wird die vielleicht nochmal, äh, in dem Video auftauchen oder dann wird sie vielleicht nochmal benutzt, ich weiß es nicht, ansonsten brauche ich sie momentan erstmal nicht und ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das, was ich in diesem Video loswerden wollte, warum jetzt kein PVZ-Video gestern kam, ich hatte halt keine Möglichkeit, was aufzunehmen, weil ich hatte halt zwar einen alten Rechner her, aber mit dem war es mir nicht möglich, was aufzunehmen, weil der Rechner zu alt leider ist, da kann ich ja nichts machen, aber ist ja egal, die Zeit ist rum, der neue Rechner oder mein, äh, mein, mein aktueller Rechner funktioniert wieder, tadellos, ich habe wieder alles noch auf den Rechner draufgetan, jedes Programm, was ich brauche zum Let's Playen ist wieder drauf, sämtliche Spiele sind da und, was ich auch noch sagen muss, was ich ziemlich geil finde, meine sämtlichen, äh, Self-Games wurden sogar noch gespeichert, das heißt, ich hatte ja vorher das Rise of the Tomb Raider angefangen, ähm, konnte das dann auch nicht mehr weiter natürlich spielen, weil der Rechner im Sack war und dieser Speicher wurde glücklicherweise von Steam irgendwie gespeichert, ich weiß auch nicht warum, total geil, das heißt, ich muss Rise of the Tomb Raider nicht nochmal bis zu dem Zeitpunkt, wo das Let's Play aufgehört hat, nochmal durchspielen, es funktioniert, also immer noch, das heißt, ich muss es, wie gesagt, nicht nochmal durchspielen, was mich sehr erfreut, weil ich hatte ja schon mit dem Gedanken gespielt, scheiße, jetzt hast du den Rechner neu gemacht, jetzt musst du auf jeden Fall auch wieder Tomb Raider durchspielen, ha, ist nämlich nicht so, ich muss das nämlich nicht nochmal nachspielen, ziemlich geil, ähm, ja, das war dann soweit eigentlich alles, was ich, was ich hier in dem Video bequatschen wollte, es ist jede Menge neue, neues Zeug am Start, muss ich mal dazu sagen, äh, das heißt, wir werden sowieso bald eine etwas höhere Qualität in meinen Videos, denke ich mal, erwarten, aber allein schon mit der neuen Grafikkarte wird es jetzt der Obershit, ich hab, ich hab vorhin mal Rainbow Six angemacht, das ist der Oberhammer, das hab ich auf maximal Details mal laufen gelassen, äh, werde ich für das Let's Play wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil, äh, dann stockt der Rechner noch, weil die Aufnahme noch läuft, das ist ein bisschen viel für den Rechner, der muss sich ein bisschen runterstellen, ähm, City Skyland zum Beispiel geht auf maximalen Details, das werdet ihr wahrscheinlich auf maximalen Details auch zeigen können, Rise of the Tomb Raider geht nicht auf maximalen Details, nicht mal, wenn ich das der Aufnahme nicht anhabe, aber auf jeden Fall gehen sehr hohe, sehr hohe Qualitäten, also sehr hohe Einstellungen gehen auf jeden Fall, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, das erfreulich aber wiederum ist, bei PVZ hab ich jetzt zum Beispiel das, ähm, so hingekriegt, dass ich da auch maximale Details laufen lassen kann, das ist auch mega geil, also, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen was verändert, als, äh, kleines, äh, wie kann man sagen, dafür musstet ihr mit einem Video weniger bezahlen für euch quasi, aber dafür kriegt ihr jetzt neue Qualität von mir geliefert, in Form von einer neuen Cam, neuer Videoqualität und, ähm, ja, wir werden dann wieder gewohnt, wie ihr es seid, natürlich weiter mit den Videos machen, ich werde gucken, dass ich heute noch auf jeden Fall, also heute muss natürlich noch ein PVZ-Video rauskommen, ist klar, ähm, nur werde ich dann gucken, wie ich dann quasi eine kleine Entschädigungsfolge mache für den Samstag, da wir ja Samstag jetzt kein Video hatten, uns natürlich viel, Leute, ich bin schwerter, wo ist das Video, heute kam kein Video, was ist denn los, ja, gut, lag auch an meiner Schusseligkeit natürlich, ich konnte natürlich auch kein Video hochladen, ich hätte natürlich auch eins mit meinem Handy machen können, das ist mir natürlich klar, ne, das hätte ich auch machen können, aber ich wollte es nicht so unprofessionell machen, ohne Intro, ohne was dabei, so einfach mit dem Handy aufgenommen, so, äh, hallo, ich hab keine Cam gerade, ich hab keinen Rechner, dachte ich mir, ist scheiße, weißt du, deshalb dachte ich mir, mach's lieber dann, wenn der Rechner wieder läuft, wenn alles wieder läuft, ähm, dann ist es zwar schon zu spät, aber zumindestens, ähm, ja, hast du wenigstens eine anständige Videoqualität und hast das übliche, ja, hast halt, hab halt die übliche Qualität wieder gebracht, die ihr natürlich gewohnt seid, das war mir jetzt halt irgendwo doch wichtiger, ich lege es persönlich halt sehr, sehr, sehr großen Wert drauf an, eigentlich qualitativ gute Videos zu machen, klar, das passiert öfters mal leider, dass irgendwie ein Black Screen dabei ist, aber, Leute, ich hab ja, wie gerade schon erzählt, den Rechner komplett neu gemacht, der Rechner ist komplett neu aufgesetzt von mir, das heißt, ich hoffe, diese Probleme werden auch der Vergangenheit angehören, denn, wenn ich überlege, dass ich bis zum letzten Zeitpunkt, wo der Rechner noch gelaufen ist, der Rechner schon über, weit, weit über anderthalb Jahre lief, ohne dass ich ihn einmal neu gemacht habe, denke ich mal, wird dieses Problem wahrscheinlich der Vergangenheit angehören, das heißt, ja, ich bin am Ende dieses Videos angelangt, mein Gott, ich hab schon zu lange gequatscht, tut mir leid an dieser Stelle, ich hoffe, ihr seid nicht unterwegs eingeschlafen, jedenfalls, ja, freut euch auf kommende Videos, die etwas hochqualitativ etwas höher werden, es laufen jetzt zwar noch ein paar, äh, PVZ, wollte ich gerade sagen, ein paar Rainbow Six Folgen und ein paar Cities Folgen noch, die vom, vom alten, äh, System her sind, weil ich hatte natürlich was vorproduziert, deshalb kamen jetzt auch noch diese Videos, aber ich hatte keine PVZ-Videos mehr, die sind mir leider, bis Freitag sind mir die ausgegangen, Freitag war das letzte Video, was ich vorproduziert hatte, Samstag kam jetzt keins halt deswegen, ne, also, sollte klar sein. Gut, genug Wirrwarr, ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden, was ich erzählt habe, es tut mir leid an der Stelle, wenn ein bisschen Wirrwarr da jetzt in der, in der, äh, in dem Video drinne war, ich denke mal, ihr habt es wahrscheinlich verstanden. Also, würde ich sagen, wir sehen uns in einem anderen Video wieder, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.